Die dritte Liga bei Magenta Sport, präsentiert von B.Win. Die dritte Liga bei Magenta Sport, präsentiert von B.Win. Die dritte Liga bei Magenta Sport, präsentiert von B.Win. Letzte Woche, zum ersten Mal seit dem 29.04.2018, wieder ein Pflichtspieltor für den Niederländern. Und heute gleicht das zweite. Noch einmal die klasse Vorbereitung, auch hier eine Frage des Willens. Kein Abseits. Und dann John Faulk, das 2 zu 0 in der 34. Minute. Die Hansa Kogge also auf Kurs. Noch nie hatten die Rostocker gegen Ingolstadt gewonnen. Und die Fans schon zur Halbzeit in Feierlaune. Ingolstadt mit Doppelwechsel für die zweiten 45 Minuten. Aber wieder Hansa mit dem besseren Start. Opoku und Schärf über links. Der Ball kommt zu Neidhardt. Und Achtung, da war doch was. Neidhardt beschwert sich. Und er zeigt genau das Richtige an. Eigentlich hätte es nämlich in dieser Szene 11 Meter geben müssen. Deutlicher als Peter Kurzweg mit dem Arm zum Ball. Geht nicht. Hansa also im Pech. Der eingewechselte Elber für Ingolstadt. Steckt gut durch. Und Markus Kolke im Rostocker Tor. Kolke hatte in der Relegation für Wien-Wiesbaden schon dafür gesorgt, dass Ingolstadt abstieg. Nochmal die nächste Szene hier. Klasse durchgesteckt. Eckert, Allensa, aber ebenso großartig Markus Kolke. Ingolstadt versuchte Druck zu machen. Aber es fehlten immer die entscheidenden letzten Zentimeter. Auch hier wieder Kolke mit vollem Risiko. Er verhindert einen Anschlusstreffer der Ingolstädter. Auch hier das Risiko gut zu sehen. Kaya keine Chance gegen den Rostocker Keeper. Und an dieser Ball von Krause im Mittelfeld. Neidert schnell. Breyer mittlerweile eingewechselt. Kaltblütig. Das 3 zu 0. Die 85. Minute. Die Entscheidung. Beide Mittelstürmer trafen heute. Und diese Vorbereitung hier war aber ein Geschenk der Ingolstädter. Keine Abseits. Pascal Breyer das 3 zu 0. Die Entscheidung. Und Jeff Sabene wusste warum. Wir sind auch teilweise zu naiv. Defensiv, zu naiv. Offensiv, zu nett. Wir spielen gut mit. Wir spielen teilweise guten Fußball. Aber da wo es weh tut, sind wir nicht gut genug. Es war sehr reif, muss ich sagen. Wir haben das gut gespielt. Wir wussten, wo wir unsere Räume kriegen. Und wir haben auch super bespielt. Und zwei super Tore rausgespielt. Und hinten raus auch immer Chancen gehabt. Weiter dran geblieben. Und vor allen Dingen sehr, sehr aktiv verteidigt. Ingolstadt verliert zum dritten Mal in Folge. Und Hansa Rostock greift endgültig die Tabellenspitze der dritten Liga an. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.